BR, heilst du drauf, was die anderen dabei haben? Illa, hab da noch welche sind. Okay, dann... Fahr nur bis dort zu dem Hügel. Ja, genau. Illa? Da rechts liegt einer. Tot. Nein, der lebt, der lebt! Illa, kannst du aussteigen? Kein Spiele. Das war... Doch, SJ. Er schießt auf mich. Hast du auf mich geschossen? Ja, sorry. Ah! Du hast mich geschossen. Aber du machst mich nicht mal und du musst. Du hast dich krallisch, wenn du mich erschönt hast... Denzen du aus zum BELAMN. BELAMN. Ich warte mal. Ich zeige ihn. Du hast dich krallisch, du hast dich krallisch krach. Du hast dich krallisch krach. Ich will dir das zuvor, bis ich krallisch krach. Du hast dich krallisch krach. Druhsch krach. ist er gerade auf holen das ist der ist es überhaupt das glaube ich nicht dann fahr mal nicht dahin, fahr doch mal bitte um um die um die Scheunerung ja er soll mal ins CS kommen ja, sonst erschieße ich ihn gleich ich würde sagen wir fahren erstmal kurz hier weg alter, fahr weiter es war einmal ne mod oder sowas ne mod und ne und ne m107 einer down ist du ihn? kannst du schießen? nein, nein hast du keine dmr? doch ich habe aber keine sicht im moment oh fuck man, ich hätte einen zweiten Schuss bei der Person gebraucht ja er ist weg wo warst du denn? ja ich bin ein bisschen weiter nach links gelaufen gewesen ach kacke das war dein fehlern dein riesen fehlern sonst hätten wir jetzt in der SUV dazu gehören ist er mit dem SUV weg oder wie? ja er ist mit dem SUV mit Gandrake und ich habe versucht seinen Reifen wegzuschieben aber das klappte nicht und ich hätte halt, wenn du auch noch drauf ich hatte halt nur 10 Schuss das war ja das Problem den ersten habe ich gekillt den zweiten habe ich auch noch nicht in welche Richtung ist er gefahren? da fährt er, da fährt er, da kommt er Richtung wo? da, äh fährt Richtung Starry da ich habe keine Waffe mehr schieß ist er schon in Starry? nein, nein, nein der dreht da oben der fährt die Hügel entlang er will luken reine presse 1,5 1,5 Wir fahren kurz vor zur Goldmine und dann fahren wir hoch, wieder Richtung Heimat. Meinst du, da ist noch jemand hier? SUV. Wo? Aussteigen. Wo? Kommt, von vorne. Ich bin bergauf. Er fährt gerade bergauf. Oh, der steht da bergauf. Kann es auch sein? Ich sehe nichts. Hast du ihn gehört? Nee. Hast du ihn nicht schießen gehört? Doch, schießen wir. Ich kann nicht fire. Ich höre einen Zahn. Der fährt runter. Nein. Er steht aus. Wo ist er? Ich bin alle hinter drei Mann, hinter dem Auto. Ich muss kurz mal eine Position hinter dem Baum suchen. Kann es sein, dass es mit der Sensibilität bei Minus 50 gar nicht wirklich richtig war, dass ich es auch so niedrigstellen sollen hätte? Minus auf jeden Fall. Ich habe jetzt auf Minus 10 und dann mache ich so Teststarten und dann höre ich meine Maus nicht. Und wenn ich auf Minus 50 gehe, höre ich zum Beispiel meine Maus, wenn sie es so hört. Udo, wir haben gerade echt einen Mega-Fight gerade. Okay. Steve, siehst du die? Also, einen habe ich down geschossen. Ja, ich habe es gesehen. Weiß ihn noch hinter dem Daumen. Okay, eines dauert. Noch einer. Noch einer down, ne? Ja, einer lebt noch. Den haben wir auch eingeschossen. Könnte eine Hilfe vom Starley? Keine Menge. Ich schmeiße Nate. Vorsicht. Fail. Ja, viel zu kurz. Soll ich hinlaufen? Äh, ich kann auch laufen. Hast du eine gute Sicht? Wir können einfach flankieren. Eine geht links, eine geht rechts. So ein bisschen. Warte mal, bist du hinter dem Baum? Du bist gerade mit dabei. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Und dann hältst du links drauf. Er liegt da, er liegt. Ich sehe nichts. Fuck. Ich laufe weiter links. Ich muss runterkommen. Ich sehe ihn. Nein. Nein. Ich habe kein Zombie-Problem, ey. Ich schieße auf die Zombies. Ja, der liegt so, dass ich ihn nichts hütteln kann. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Ich drehe ab. Ich schieße auf dich. Ich schieße auf ihn. Okay. Auf die Zombies. Jetzt hat er gerade geschossen, oder? Hast du auf ihn geschossen? Ich habe geschossen. Soll ich auch runterkommen? Nein, 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 nein. Ich habe keine Sicht. Er ist direkt hinter dem Auto. Ist er wirklich direkt hinter dem Auto? Ja, 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 ich habe das ganze Auto im Blick. Da ist ein Zombie, der beißt ihn gerade. Gerade drauf geschossen. Also er. Noch einmal runter rum. Jetzt ist er gerade kurz rausgekommen. Aber ich habe ihn gleich wieder ins Visier. Down. Down. Holtst du dir den SCV den anderen? Ja. Kannst du ihn flippen? Ja, ich versuche gerade den Schlüssel zu finden. Ich kann ihn hier entflippen, weil der Schlüssel da noch drin ist irgendwo. Ich kann ihn hier entlocken. 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 Ich kann ihn weder verfiel. Ich bin hier entlockend. Das ist gerade im Weg. Hinter uns, hinter uns. Da ist ein Zombie. Fahr das Auto hierher? Ich muss da aufs Zombie schießen. Und klopft hier, bring es. Position. Oh nein. Warte, warte. Ich hab's turn over. Oh, wir sind sogar richtig rum. Soll ich an die Gans? Bei mir ist es falsch rum. Bei mir ist es richtig rum. Bei mir ist das Auto falsch rum. Okay, bei mir ist es auch falsch rum. Wir müssen das abbringen. Ja. Ich mach, ich mach. Machst du? Ich hab schon. So, versuch mal turn over zu machen. Wird nicht angezeigt. Ah, da. Turn over. Oh, fuck, du hast mich gerade... Oh, sorry. Okay, das... Das andere auch noch turn over. Hieß ja, an die Gun. Hieß ja, an die Gun. Bei mir Bounce ist auf dem Boden. Ich kann gar nichts machen. Jetzt sitzt er auf der Seite. Okay, lass es zur Welt. Ich kann... Bei mir steht er... Okay, jetzt. Ich bin an der Gun. Archivier식... Jo. Ja, mein Neues Auto. Oh, jetzt Auto. Oh. Oh. Oh.